. Ich möchte von dir auf einmal sprechen. Wir sind heute, aber ich möchte, dass wir nicht verstehen, was Gott an sein will. Das wird als Apostasie, und ich möchte euch nicht erklären, aber ich möchte euch ein Beispiel geben, damit ihr ein halb und ein bisschen verstehen. Vielleicht war ich hier mit dir. Das erste Jahr, als wir in Kanada wohnen, ich in meiner Früh, wir wurden befriedigt, und wir wohnen in Kanada für das erste Jahr, dann will ich mich in der Früh Rose bringen. Und das ist nicht, dass ich nur dort auch nicht will habe, aber anyway. Dann will ich eine Rose bringen, und ich kann es nicht stuh nennen, das wäre eine wirkliche Rose. Aber in den Jahren, wo wir dann wohnen in Kanada, eine Rose müsste ganz betalt. Das wäre dir. Wenn ich eine Rose-Watt schäpe, dann muss ich wenigstens 50, 70 Dollar tahlen. So ich entschied mich, wenn ich ein paar Einzelne Rose schäpe, wenn ich nicht kriege, was dir die Wärme drin wäre. Wie auch, und ich sagte, da hat ein Kleenbett, zu wenig. Dort steht auch noch Plastik raus. Und die Leute sind sehr wertlich. So ich kaufe etwas wertlich raus, und etwas Plastik raus. Und das hätte ich alle Fähnen in einem Wäsch nehmen. Ich brauche meine Früchte, und wir sind sehr mutig. Ich sehe aber nicht, was ich getan habe. Und da ist nicht viel Dauer. Dort steht aber nicht viel Dauer, und dann steht ihm das Ritter, das Wäscher von der Rose fange ich an die Verwaltchen nicht. In Wäscher deut. Aber dort steht es immer Wäscher Dauer, was die Einwörter, dass die Wäscher 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 wird. In Wäscher wird wäscher. Wäscher. Eine Person, die von der Wäscher wäscher, und die Wäscher, und die Wäscher, und die Wäscher, und das, wo wir von uns von den Wäscher in der Hohle wählen, kann man so nennenlegen, so kann man so nennen, wo es sein wird, wo es sein wird, wo es eine Person ist. Den Tag, wo ich mich gewählt habe, 1. Johannes Kapitel 2, 18 und 20, und ich will ihn mal lesen, wo es sagt, es steht, die Wäscher, die letzte Stunde ist hier, und die haben gehört, dass ihr in den Christen kommen wollt. Es sind nur viele in den Christen. Es sind weit wie die letzte Zeit hier. Die sind von uns der Mörder weggegangen, aber die wären nicht von uns. Wenn die von uns gewachsen wären, wären sie bei uns geblieben. über die jungen Rütt, der dort zu sein wird, dass sie nicht von die an sie wären. Und dann sagt er in der 20. Vers, ob er jungen, ob er jungen, auf Christus, den Helden Jeske geeft, die weiten, in die weiten der Wahrheit. So, Johannes schriftet von zwei Sorten Menschen, was in einem Zweck wäre. Wo wir können sagen, Johannes sagt dann, auf viele Jahre drei, dass viele Menschen würden in der biblischen Gründe leer rütt gehen und würden weggehen, in einem falschen Evangelium hier angehen werden, die niemals wirklich im Port von der Wahrheit. Aber die liegt nur, so soll ich es nennen. Diese Menschen laufen gerade in der Gemeinde, die gleiche dort in der Gemeinde sind, die gleiche den Frieden der Gemeinde, die gleiche den Trost von der Gemeinde, von der Wahrheit. Die gleiche all das, was in diesem Wahrheit. die fählen sich nach dem Markt, die fählen sich in einem Glauben zu werden. Aber ich persönlich nehme die niemanden zu Hause und möchte, ich fähle die das. die Wahrheit. Das ist auch sehr abgebrochen, die gleiche dort. Ich lasse mal ein bisschen das traut an, das Fokus auf der Family, in Spanisch in der Familie, das ein Programm damit steht, ich weiß nicht, wie viele Leute die Christen haben aufgefragt, aber sie sehen, dass 60% von Christen nicht, wenn befriedene Leute nochmals sexuelles Verhältnis haben, bitte dort befriedene Leben. Was sagt uns das? Wenn es eine Wahrheit ist, dass Menschen, die sie annehmen, wenn sie nicht sagen, dass sie das sehen, das wird, was die Christen nennen, sie sehen dort nicht, wenn sie in befriedene Leben besiegt werden. Was sagt uns das? Ich habe mit sehr vielen Menschen, was ich sehe, nicht so viel, dass ich so etwas sagen kann. Ich habe noch so lange in meinem Leben, dass ein paar Menschen, wenn ich ein paar Leute wiederbleibe, nicht das? Ich habe noch nicht das? Ich habe noch nie das? Wenn ich mir so eine Wahrheit sind, würde ich noch ein Wort sagen. Wenn ich die Schweiz분, wenn ich nicht das? Ich habe noch nie das? Ich habe noch nie das? Ich habe noch eine Wahrheit. wird und so eine Wunde bringt. Und hier sage ich, was die Christen nennen, das war er nicht. Eines war das auch. Dass Menschen von Christenleben auffallen, sie nennen, Glauben auffallen, als nichts wird nicht, wenn es Paulus redet davon. Paulus redet davon, dass heute noch geirrt wird, sehr heute viele Worte von Glauben auffallen und von der Wahrheit weggegangen und das wird bloß immer höher geworden. Wenn ich das Rechte habe, dann habe ich das Griechische gelernt. Ich habe das Griechische studiert und habe das Griechische. Wenn das Griechische wird, wenn wir das Leben sind, das Griechische gebrockt wird, dann meint das, dass die Wahrheit, die wir haben, von der Wahrheit gehen und von anderen, was nicht die Wahrheit ist. Das ist ein Auffallen von Gott als eine Schrift angewendet, die Menschen, die sich mitgegeben, Christen zu sein und dann Jesus den Regen drehen. Das ist ein Auffallen von Gott, wenn er nicht mit dem Sinn lebt, wenn er nicht mit dem Sinn lebt, wenn er nicht mit dem Sinn lebt, wenn er nicht mit dem Sinn lebt. Das sind so eine Menschen, die sind dort. Die sind dort, die nennen sie Christen. Eine aufgefallene Person, wenn die auch bestätigt, geraten zu sein. Wir nehmen uns geraten, in der ersten Fall, wenn es wirklich geraten wird, dann wird die wirklich weiter und wird die Ehrensnehmung, was Rechte erreicht ist und was Sinn ist. Dann wird die Nächste sein oder die Wahrheit nicht. Sowohl man hat ein Mensch da und in der Person von der Wahrheit weichkommt. Erst einmal hat ein Mensch von der anderen Wahrheit weichkommt. Dort konnte er die Wahrheit kommen und von der Wahrheit weichkommt. In dem Matthäus-Kapitel der Tieren fingen wir ein Aufschnitt, wo er einmal an sich bett, so sei er, der ihn untermirkt. Wenn es dort sagt, in den Tags, und ich würde ihn mal lesen, sage ich, gleich nicht, aus Matthäus-Kapitel 10, Vers 34, gleich nicht, dort echte kommen sie Frieden in diese Welt zu bringen. Echte nicht, sie kommen Frieden zu bringen, ob er dort schwert. Echte, sie kommen ein Mann, jen sie in den Vorderen zu sagen, und eine Tochter, jen ihre Mutter, und die Schwierdachter, jen ihre Schwierdachter, und ein Mensch, und sie in den Feen wollen, und sie in den Haushalt sind. Und dann sagt er in der 38. Versch, Und wer nicht seine Friedensabsicht nimmt, und folgt mir nur, dass es dort nicht wird, einer von den Menschen zu sehen. Der erste Bericht sagt uns, wenn ein Mensch will von der Wahrheit weichkommt, dann muss er von der auch Wahrheit zurückkommen, unter das Licht kommen. Das ist die erste Gedanke, ein Mensch wird erst von der Antworten, und er wird dort die Wahrheit von der Evangelium kommen. Und er kann nicht von der Wahrheit wegkommen. Hier in diesem Tag sagen wir, dort die Bibel sagt uns, dass Jesus ist, sie kommen an Frieden bringen. Wir sagen, wenn wir Jesus ist, sie kommen an Frieden bringen. So, was meint das? Ich sage nicht, dass ich alle Antworten habe. Wir sagen, dass Johannes Kapitel 14, Vers 27, Und wenn, ich rutsche ja Jesus Tränen und Himmel vor, dann sagt er zu seinen Jüngern, Frieden wird, und ich kann meinen Frieden geben, und ich kann nicht aus der Welt gehen. Hier ist an diesem Tag, sagt Jesus, dass sie nicht hier kommen an Frieden bringen. Dass sie hier kommen an Frieden bringen. Dass sie hier kommen an Frieden bringen. Schwerdhafte da immer an Frieden. So, er sagt, es läuft nicht, dass sie hier kommen an Frieden bringen. Dass sie nicht hier kommen an Frieden bringen. Aber das ist schwer. Und das ist eine Familie. Wenn man sagt, es ist eine Familie. Die lebt nur friedlich. Du gehst nicht in der Familie. Ja, du hast Leichen beten. Da haben wir ja manchen beten. Da haben wir ja nichts. Aber das ist sicher nur friedlich. Das sind alles anbietigte Menschen. Wenn die Verte nicht sagen, es geht nur friedlich. Dann kommt einer von dir einmal ein. Aber das ist sicher nur friedlich. Dann ist das Licht neu. Die Kirche von der Evangelium zuhören. Er wurde ein Heißen-Zinde. Er wurde ein Heißen-Zinde. Er wurde ein Heißen-Zinde. Er wurde ein Heißen-Zinde. Er wurde ein Jesus. Dann kommt dieser Mensch bei dir. Wo er Jesus annimmt. Und dann steht der weistere Menschen in dieser Familie, von Gott anbezogen. Er hat ihn eine Uneinigkeit gezogen. Er wurde nun zu einer Familie, die er nie glaubt. Er ist die ganze anbezogenen Familie. Und das ist ein Licht. Er hat in Jesus' Augen zuhafen. Das ist das Wort, was Jesus hier meinet. Er sagt, wenn er Frieden ist, wenn er Frieden ist, wenn er Frieden ist, wenn er Frieden ist, dann bringt er Frieden an Frieden zwischen den Menschen oder der Familie. Wenn er Frieden ist, wenn er Frieden ist, aber hier ist er Frieden, wo er Frieden ist. Man sagt, Frieden ist nicht Frieden, sondern die Gemeinschaft Frieden. Er sagt, wenn er Frieden ist, wenn er Frieden ist. Jetzt ist eine Person in Frieden gekommen und ist diese Gemeinschaft hier durch. Jetzt haben wir hier, was wir kennenlernen, eine Person, die in der Familie wahrergebunden wird, dort bringt die gespawende Familie Gemeinschaft. Das ist alles gespawende, abgerecht und jeder weiß nicht, was er soll mit diesem tun. Das ist eine wahrergebunde Person, die es bei dem Beruf und der Rettung fand. In dieser anderen, was er vielleicht macht, die sind stellte sein, die anderen, die fangen und gehen und sagen, nur, als du einen Krieg aufgefangen, diese Familie und diese Umgebung, wo sie sind, wird nicht heuer werden. Das ist, was Jesus hier meint. Diese Welt, der Frieden heißt nicht, ich komme Frieden zu bringen, es ist diese Welt, ich komme ohne Frieden zu bringen, in dem Friedenwort, wie ich einmal Gott kriege, die Welt, diese Welt nicht. Die Welt, der ambitierte Mensch nicht. So, wenn diese Welt voll Sinn ist, bringt Jesus den Frieden und Frieden. Dort ist der Trubel. Eine Einschätzung der Familie, viele Menschen, die in der Familie saßen, die sagen, klar, ich sehe, kommen ein Mann, der seine Vater zu sein, eine Tochter, ihre Mutter, und die Schwierdachter, ihre Schwierdachtmutter. Und so geht er da, und er sagt, und ein Mensch seine Feen wird in seinem eigenen Haushalt sein. Welche von uns haben das vielleicht beleidigt? Wird er noch kein Tau gegangen sein? Da wird noch ein Rögen in der Familie, es wird noch ein Rögen daheim. Wenn einer sich zum Licht kommt, wenn einer sich zum Licht kommt, dann wird das Chaos, dann wird alles durcheinander. Dann wird ein großer Sturm mit einem. Wenn einer von der Familie aus dem Licht kommt, das geäßliche Feet wird er angeht. Erst wird er alle anbeten, dann wird er ein geäßlicher Feet. Ja, der hat ja meinen Frieden. Wenn einer aus dem Licht kommt, fängt das geäßliche Träger an. Hier ist das Wort schon, der 37. Vers sagt, Wer fordert Mutter meierregend aus mir, und wer Seen oder Dochter leiberhaft aus mir erst dort nicht wird, einer von den Seen genannt wurde. Hier wird schon, dass viele kommen nicht im Wort und glauben an Jesus, oder nehmen nicht die Staubenden im Glauben, wenn der Leib für die Älter, oder für den Nubar, oder für die Geschwister, oder vielleicht für die Gemeinde, die haben die Leib nach Meier und Grathe für ihre Familie und steht für Jesus. Die wissen alle, was die sollen tun, die wissen, die sollen Jesus annehmen, aber die wollen nicht das in der Familie. So die wollen, glaube ich, abbecken, in der Stelle bleiben, vielleicht nicht Jesus annehmen, glaube ich, von der Weichhalle, und dort sind nicht Uneinigkeit in der Familie anrechte. Wir fanden mal ein, von einem anderen Land, im Frühjahr, wo kann ich da nicht mit den Jüngern enthalten bekommen, evangelisieren? Wo kann ich da nicht oder keine Abregung geben, kann ich nicht. Ich habe gesagt, ganz einfach, bloß nicht von Jesus reden. Es ist einfach, wenn du was kommen, evangelisieren, du wirst nicht evangelisieren, wenn du was kommen, nichts von Gott reden, von Jesus, oder wo du keine Abregung haben. Der andere nicht, was du da nicht ist, nicht da nicht. Aber wenn du was von Jesus redest, dann wird das Abregung hier. Wenn du was den Jesus, der die Abregung bringt, dann wird das Abregung hier, wenn es wie Sand und Fett, nicht in Fleisch und Blut, sondern in die böse Jäste in dieser Welt. So viele kommen nicht im Wort in Glauben an Jesus, oder nehmen nicht die Staupen im Glauben, während der Erläufe der Älteren oder der Älteren holen ihre Kinder weg von Jesus. Oder dort die Jesus nur folgen, wenn die haben Menschenfurcht. Dort ist ein von den grazesten Dingen, woran sie für immer abhält. Dort ist diese Menschenfurcht. Allere Säuneflächen, wenn sie keine Abregung erreichen, dort ist die Gott, nur die Bibel redet eigentlich von dort. Aber die Älteren haben Angst, woran sie überstehen, woran sie Schwestern denken, woran die Gemeinde denken, so wie woran sie keine Abregung dort sind, nicht die Abregung, nicht die Abregung, nicht die Abregung, wenn die Abregung gefurcht. Ich sage, wenn du hier vor der Mutter bist, dann hältst du dich in die Schengen. Wenn du Angst hast, woran die Gemeinde sei, woran die Nuba sei, woran die Schwester sei, dann büße sie hier ab mit Angst haben, und vertrie Gott, und du dich in die Schengen und Gott übergeben. Und wenn du immer acht hier sind, erinnert, dass ich dich nicht an den Rot annehme, und die Däuer verdient, dann darfst du dich nicht abholen. Einen Tag musst du für Jesus tun, wir wollen alle und wir wollen die Rechenschaft geben. Wer entschieden hat, Familie tritt zu bleiben, über Jesus Christus, es noch anfähig, Jesus in die Nähe zu sein, sagt er in Vers 37. So die Frau ist, best du bei uns geholt worden, von der Aller, von der Schwester, Familie, von der Gemeinde, best du bei uns die Hand geben, dass du weißt, das Wort weißt, das Recht geben, das Wort Aneinigkeit geben. Wir werden ganz lange Tränen heute sehen, wir kommen hier schon mal so gut allein, in dieser Person. Nimmer einmal kommen wir nicht mehr allein, was ist geworden, und diese Person schauen viel von dir, wo Gott ist, und ich kann immer einmal das Licht aufhören, nimmer einmal kommen wir nicht mehr allein, trotz dem, wo Gott ist, wo Gott ist, wo Gott ist, wo Gott ist, bekämpft, da kommen die Haupte zum Licht, und wer wirklich sie kann die aufhören, wo Gott ist, reden lassen, sie kann die aufhören, wo Gott ist, dann kommt der Jesus Gottes in den Menschen, und das ist ein Unterschied. Du bist wahrhören, du hast den Jesus Gottes, ich habe noch weit viel von der Schrift, wir haben nicht den Jesus Gottes. Einfach. dann sagt er, dann sagt er in der 38 Vers, das Tricks abnehmen, eine Person ist einverstanden, das Jesus hat, das Fall erreicht, über sein, oder ihr Leben. wenn wir das Tricks abnehmen, wenn wir das Tricks abnehmen, und wahre, gebühle Menschen sind, dann sagen wir, dass Jesus das Fall erreicht hat, über uns. Aber hier sagt er, wie ein Mensch, der von der Wahrheit weggeht, der erst von der Anwahrheit unter das Licht kommt. Hier sagt er, wie Jesus ist gekommen, das Licht zu bringen, er ist gekommen, den jetzlichen Frieden zu bringen, aber er sagt, er wird Anfrieden zu bringen, unter der anbekehrten, eine gottlose, düstere Menschheit. So die Frage ist, was du willst, von der Anwahrheit loszuladen, was die falsch hält. Was du willst, wenn du hier von dir aus setzt, du bist, nach unten an die Anwahrheit, du kommst unter das Licht, und du kriegst das Licht hier, nicht bloß hier von dir aus, sondern du bist anders, wie irgendjemand, du hast das Licht hier, du hast die Beweichung verstanden, du hast die Beweichung verstanden, du hast die Beweichung verstanden, du musst wahrnehmen, aber du weißt, das ist alle Sitte, wo wir schon reden können, und das ist eine gute Sitte, und das ist eine schlechte Sitte, aber das ist eine neue Glaubenssitte, die die falsche Sitte, wirst du nicht loszuladen, wenn du nicht von der Anwahrheit loszuladen, und nur die Wahrheit kommst. Zuerstens, wenn ein Mensch mal von der Anwahrheit weggegangen wird, unter das Licht kommen, und wenn er unter das Licht kommt, und da nicht bekehrt wird, dann ist es schlimm. Die nächste Gedanke, die wir haben, eine Eingung von der Wahrheit weg, wenn die sind, hängt das Licht geführt worden. Wir sagen, viele Menschen, die von der Anwahrheit weggekommen, die sich vielleicht wirklich bekommen, mit der erreichte Person in Kontakt, die nicht wirklich die zielhaften Menschen und Gott leben. dort sagt uns, in der 1. Timotheus, Kapitel 4, das ist das, der Jeser sei deutlich dort, in der letzten Zeit, und eigentlich von den Glauben nachfallen worden. Der andere wird gesagt, wo der griechische Überzeugung von der Wahrheit weggegangen worden. In Sekund 4, erfüren die Jeser in Lierenhäulen, die von Souten stammen. Oder hier denken wir, das sei ein Hündchen sei. Paulus sagte, Timotheus sagt, hör mal her, dort sind Lieren von Souten, die wurden sich nicht so abfüren, als wenn sie von Souten besitzt sind. nein, das ist einer der Paarste, der Fanste, der Schmachste, der leifstoligste Rede, Jerusalem aus dich. Das wird diese Menschen sein. In Gewässer sind dort versengte Menschen, sagt die Bibel an. Sie sagt, das steht, wieder lesen. Sie wurden dort gebraucht worden, durch heichalerische Lehner, die ein Brandteken im Gewässer haben. Diese Lehren, dass Menschen sich nicht befrieden sollen und verbeiden dort zu essen, was Gott gemerkt hat, dass sie mit Dank annehmen sollen. Sie glauben in die Wahrheit zu tunen. Die gefährlichste Menschen sind nicht die, die bestehlen, die Geld wegnehmen, die Dinge wegnehmen, die Erdische Dinge wegnehmen. Sie haben auch gewonnen, wie wir im Erdischen begonnen haben. Sie haben auch gewonnen. Sie haben auch gewonnen. Sie haben auch gewonnen. Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. massiviert. Shoal und nachани die Wahrheit wollen, nichts zu me Organisationen, aber die Menschen die väerlichsten waren und die besten Maßnahmen Die waren an die Gerotswahrergebunden angekommen, und die wurden sicherlich noch nicht Wahrergebunden angekommen. So weit werden die Menschen angekommen. Und das, was er hier gesagt hat, er sagt, sie wurden das gebraucht worden durch verführerische, oder heichellerische, kann gutmessen jetzt sprechen, leiner, sozusagen heichler, die vergeben worden zu reden, über die Leer, die ein Brandtecken im Gewissen haben. Auch wenn ich die anderen Städte erkläre, ich glaube, wie früh es heute passiert. Wenn ihr eine Kleiderpreise, ihr habt eine Preise, ihr habt nicht aufgepasst, wie heute das wird, nur habt ihr noch ein bisschen gesagt, was gleich ein Bett hostig, der heute wird, sie gesagt hat, dass ihr dann noch empfangen, die Preise, und er holt alle Töten, und ihr habt es noch heute gekauft. Habt ihr uns nicht erlebt? Das ist ein Bett, was ihr hier von dritten. Preise haben wir noch heute gekauft. Und das, was ich sage, wird immer diese Menschen sein. Diese Menschen sind so, was die Wahrheit kann. So, dass ihr könnt sehen, die gefährlichste Menschen sind nicht die, die bestehler denen. Die gefährlichste Menschen sind die, die sich an erführende Jes, an Lehrenhöhlen, die von so tun stammen. Diese Männer sind früh, die die jetzlichen Schulden bringen, und manchen an beteide Menschen, die die Wahrheit seien, und die droht die Wahrheit über die Menschen. Ich hatte das über Jahre, Bauer, und ich wollte es ein Beispiel nehmen. Wenn die Hoha Zeugen rumkommen, die haben die Bild aufgefuilt, wo man an beteide sind, und die die Wahrheit seien, wo man beteide sind, und nicht viel weiter von der Schrift, und wo man beteide sind, und die Schrift gut mit bekant sind. Da haben die Bilde gefasst. So, die wollen nicht nicht da kommen, was die Schrift gut zu tun. Sie sagen, ein paar Mal, warum war die ab hier? Weil die wird anbietiert, und sie sehen, die wird die Wahrheit geboren, und nicht so, die haben die Glauben gewasser, wo sie sind, die diese in China zu kriegen. Die jetzige Drehung hast du bei sie fiend. Aber die kommen so fern an, so schmackredet, spätig, so leifst du dich mit da. Und Jesus sagt hier, und Paulus sagt hier, hörst du mal her, das ist ein Sohn, was man heute prass, die sich an ihr Wasser bebrannt habe. Die sind so lang, wie ihr die Wahrheit gewasst, und nicht die Wahrheit angenommen, dass die keine die Schrift so gehen, und die haben sich kalt gemerkt, für das wahr jetzliche Leben, und das moralische Leben, was die Bibel jetzt haben, die sich so kalt gemerkt, dass die keine guten Menschen glückte verlegen, und in einem moralischen, sind die das Leben leben, und die wollen das nicht beurteilen. Und hier gehen sie über eine fatale Würsematte, vielleicht den Herren annehmen, oder ein Leben ändern. So einige Menschen möchten erst unter die Wahrheit weich gehen, um dort zu können und das Licht zu kommen. Einige gehen sie von der Wahrheit weich, werden sie in das Licht geführt worden. Wenn Menschen von der Wahrheit weich gehen, oder an die Wahrheit weich gehen, unter der Wahrheit kommen, dann ist das Fögen, wo sie dann angeschmiert wurden von solchen Menschen, die sich über die Christen zu sein, über die Kinder Gottes zu sein, wo sie wirklich nicht sind. Und dann wurde dieses Wort sehr gedeutet, wurde so in der Zweite immer, so doll, dort die Kummer zu tun sein, wenn das alles ist, was Christentum ist, dann wollte ich nichts mehr zu schreiben, mit Gott zu tun haben. Du wolltest nicht sagen, mit Gott, aber da wollte ich nichts mehr zu tun haben. Wir sagen in 1. Timotheus 2, die haben versendet, was sie sich als sie, die haben sich durch die jetzliche und moralische Friede und Kultur gemerkt, die beraten dort nicht, wenn die Lehren daunen, die beraten dort nicht, wenn die falsche Lehre daunen, die beraten nichts, was man Sinten daunen hat, ob die keine so Rede, als wenn die Wahrheit geboren, oder Christen sein. So die Umwandlung in das ist, so die Frage, ob jemand, die hängtlich geführt, im jetzlichen, wo Tradition, ihre Herkunftsregeln, ihre Ischärmerschen Mauden, ihre Allergenwahnheiten, viel besser sind, als Gott seine Genode. Du wusst von dem Weg, wo du unterwischst, du wusst, wo du fragst, du sagst noch was, du sagst, wo du unterwischst, du wirst an, du wirst an, es auch noch mal bloß, du wirst dort, was du im jetzlichen Haus hast. Nur, falls du dich so getäuscht oder in der Händliche geführt, du sagst, wenn man nicht alles hat, dann sehe ich dich. Wir wollen nicht sagen, wir sind einfach mit Gott. Wir wollen sagen, dann sehe ich mit Gemeinde, dann sehe ich gleich mit den Gottesdienst, dann sehe ich gleich mit diesen Worten, die Christen nennen, losse ich weiter, und wir merken uns zu, schlitten uns zu, dass es ist, wir haben einen jästlichen Messbrück gekriegt, und das jästliche Messbrück hat uns was kalt und zu gemerkt, wenn sie dann so hingerlich geführt werden. Wenn dort die Fall ist, du hast Hoffnung. Jesus hat noch die Not für dich. Er will dir durch die Hilfe, und dir Hilfe, sodass du kannst durch die Hilfe kommen. Der nächste Gedanke ist, eingegangen von der Wahrheit war, wenn die sind sehr getäuscht worden. Eins sind hier nicht geführt worden, die nächste sind sehr, sehr getäuscht worden. Wenn wir in Lukas Kapitel 8 gehen, in Lukas Kapitel 8 ist das dritte, wie wir in meiner Versche noch lesen, bei der dritte Versche sagt es, dass die auf den Stein sind, die, die, die sie die Wahrheit hören, mit Frieden abnehmen, aber sie haben nicht Warteln, sie glauben einen Tag lang, aber wenn ihr Versichungen ewig ankommen, fallen sie auf. Wie Jesus erklärt hier, das Lecknis von den Seeermann, da wird ein Weichfeld, ein Steinerfeld, und so weiter. Was Jesus hier sagt, ist, diese hier, die Evangelien, und die nehmen dort mit Frieden ab, das meint, die werden sehr abgebrochen, in der Erde, die Feilen. Die werden sehr abgebrochen, in der Gäste, das ist ein Tag, wo die Geweinlich Zähe abgebrochen, brav sind, weil die Gäste hier, die kommen in die anderen, die kommen zu einer Erwakungsschwein, die kriegen das hier, die dauern aus dem Gord, und die Beide. Das sind Zähe abgebrochen, das spätig, die haben so abgechargert, und die Menschen, die nicht so lange, dann ist die Rolle ausgebrochen, dann ist die Batterie, die abgeschargt, weil sie die Bosi-Lade gingen, und du hast nicht mehr, was abgeschargt, da. Wo das war, 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 wahrscheinlich hat er bloß, das, was sie hier belebt, auf der Erde, die Feile gesat, wenn jemand in Schube geht, sie soll in vergehen, oder jemand entschiebt, das war, da ist nicht voll, wenn die Person, oder wenn die andere die oder die Freund hat, und sie wollen nicht bleiben, nicht, und wenn sie nicht wollen bleiben, dann ist auch mit mir und die haben diese Gefälle, aber da passiert nichts. Diese sind, wo wir können sagen, sind die Wirklichkeit von der Seine, die Wirklichkeit von der verbrockene Welt, der Seine der verbrockene Welt, der Seine ihre gebrockene Anstände in ihr Leben, und der Seinen dort, wo es betert ist. So, da sind ihr Licht, der Seine der Welt ihre Distanz, der Seine dort, wo es betert ist, wenn ihr seid nicht wollen, loszuladen, von dort, was euer Maitreo habt. Das seid nicht will, wenn sie ihre freunde loszuladen, wenn sie sind, wenn sie anbaut zu mir sei, ich weiß, dass es wird betert, ich weiß, dass ich er will, ich soll anders, ich soll anderswoord, aber wenn ich das, was an all meine freunde, in das Leben, was ich lebe, So, die fangen bitte einfach an zu denken, steht dort, die dort daunen, backen die ab, die nehmen dort nicht an, und mit der Tüte, Peter Dütz, was sie dort sagen, Diese beginnen die Wahrheit, und die nehmen die Bautschrift mit Frieden ab, ob er dort bloß, so wie es dort geht. China gloves wardel door, doorwehen, wann Versetungen kommen, fallen sie auf. Nu hören wir, was passiert da, was wirklich passiert, ich kann da, was er hier sein, wann ein Mensch bloß mitredet hat, Gott weiß, wann die nicht wahr ist, weil ein Mensch bloß mitredet hat, und er glaubt, dass wir alle so fern, dann bloß, wenn er mitredet hat, und mitgeholt hat, wo nicht wirklich Jesus so ungenommen hat, dann passiert das wirklich so. Wenn wir mal sagen, bloß ein Beispiel, die sind hier im Zentrum, die kennen nicht bei der Schnapsbibli, der Sucht aller, was es nicht ist, aber auch jemand, sondern nicht können, dass du nicht bei, und die Lehre hier, wo die Bibel lehrt, die Lehre, wo jesliche Leben, schließe man einmal dann ein, dann weiß ich, okay, weil ich nicht ein Zeugnis habe, dann gehe ich nicht hier raus, weil sie mir die Tüde anlegen. So, dann haben wir einmal böse, ich fange das an, die andere. Dann haben wir vielleicht noch ein Zeugnis, aber die Zukunft, was die Bühne los hat, wird sich gewiesen, was ich heute gegangen ist. Nein, ich verstehe, eins ist, ich wurde wahr, und die fallen treu, dort geht. Das ist ja noch so, wo es niemals war, ich wurde wahr, aber ich rede so, und wenn du nichts in dir näherkommst, so ein Heiliger Jesu in dir ist näherkommst, die Frauen, die Bühne sind, die Frauen, die sind dann bei dir, wenn es dann ein Drinker, ein Drugs, ein Pornografie, was auch immer das ist, die Frauen, die sagen, das ist doch, du mag nicht, trage dich, wenn du es nichts in deinem Wort aufwerden hast. Aber die haben dort alle gehört, die wollten gerade, wo du das hast, die haben dort alle mitgedeilt. Aber das ist nichts in deinem Wort. Sie versuchten alles zu tun ohne Jesus, aber sie haben sich so getestet, wenn sie dort nicht wirklich von dem alten Menschen losmärkten und sagen, ich habe sie verloren, ich habe dort alle nichts, ich brauche allein Jesus. Ja, die hörte doch alle. Und du, wenn du einmal bitte sagst, wenn die scheine Jäsen standen, die haben die nicht wahrgenommen, aber nicht dem Heiligen Jesu, aber die war eine krassende Sucht, und die Sucht haben für die drei, wenn es das scheine Jäsen standen. Du hast bloß der Heilige Jesu allein, was dir und mich, weil wir den hier geben, an zwei Höhlenkonferenzen. Blibst du von Sinn weich, wenn du Angst hast, oder blibst du von Sinn weich, wenn du weißt, Jesus wohnt in dieses, was ich hier habe. Blibst du von Sinn weich, wenn du Angst hast, oh, wo würde Menschen dann denken, weil du dann hast du eine Zeugung, nicht in den Garten, du dann hast du eine Friede, wo du hältst die Wessel von Sinn weich, von der anderen Seite, so würde Menschen, die alle gut denken von dir, weil wir hier rechts sind. Dann bist du in Pornografie, dann Drogs, wenn du mit sein, dann trinken, wenn du schmecken, hörst du, wie immer das amoralische Leben alle mit sich bringt. Befährt die Menschen für sich, sie die Fähe in die Hand zu stellen. Wenn du nicht wahr bist, wo du bist, dann hast du dich ja in jeden Stunde nie. Wenn du nicht Jesus hast, ohne nur mehr, wenn du bloß hast, du dachtest, du bist ein Guter, du bist ein Fäule, wenn du anfangen mit zu reden, würde ich euch da hauptlich helfen, dann hast du dich so an deinen Tisch, und mit der Tät wurscht, die mautlos zu werden, und du jährst von der Wahrheit weich. So, die Frage, das Beste so soll ich getestet werden, von so einer Wurz so soll ich christlich reden können, über Nikolaus Kapitel 2, 2 und 3, wenn ich sage, dort wird doch alle unter die Hänge verteilt, und es ist nichts, aus Menschenreilen, und Menschenleeren, dort sind, weil so aus waren, dass sie selbst abgeleitet, frem sind, und diese falsche Däume mit einer Werte zu licken, weil sie den schärperlichen, die schärper Schonungslös behandelnd, über die flächliche Leidenschaften waren, durch die, ich habe keine Weichung in Kontrolle gebracht. Hast du dieses Ehe Tests, wo du das, wo immer du Hand schaimst, wo du das Licht schaimst, du hast du versuchst, das alles zu tun, ohne Jesus anzunehmen, bloß vielleicht die Selsenbitte andere, in dem Bett aufwarnen? Hast du nicht wirklich Jesus angenommen? Du hast dieses Ehe Tests und ich schaue für dich, wenn du nicht wirklich Jesus hast. Oder du bist, wenn du in eine Gruppe gekommen, oder wo immer Menschen, die haben die, was das hier sagt, in der Klasse, dort wurde alle, die haben verteilt, und es ist nur, dass Menschenrege, und Menschenlehren, dort sind, weil sie so auswarnen, dort sind selbst abgeleitet, frem sind, und diese falsche Däume landen dort hier, in Wessheit liegen, und heute wird es sagen, über die fleischliche Leidenschaften nicht unter Kontrolle gebraucht. Und dann wird ein Mensch versägt, in sich anbetriebenes Leben, wie fein wird, wie schmackt es sich an, aber seit ich versägt von der Sennweite hole, der kann die fleischliche Leidenschaften nicht unter Kontrolle halten, ohne Jesus. Dort wissen sie das. Und das wird das Tag und sei, dort leidt wohl fein, dort leidt noch Däume, dort hielt sich noch was, aber dort wird den sinnlichen Tauschstand, den sinnlichen Natur nicht unter Kontrolle bringen, wenn es du es nicht, der hellige Jesus. Der hellige Jesus kommt uns nennen, in Fäuser Kapitel 9, Vers 3, denn da wird die Gehörer, die Gleifte und die Annehme daunen, dann kommt der Jesus Gottes an uns nennen, dann stampelt Gott uns mit dem helligen Jesus, und der hellige Jesus, wo nicht in uns wohnen, der halbt uns von dem Sinn weichbleiben. So meine Frau was, hast du dir so getestet, dass du versuchst dir Allah selbst zu tun, oder jemand hat dir etwas gebracht, und das tut nicht. Dann hast du ein bisschen Hübungen abgegeben, Jesus sagt in Matthäus 8, oder Alphurs 28, was sagt er, kommt Allah, nur mich, ich will ihn rüber geben. Dann wurde das, Jesus will ihn rüber geben. Die nächste Gedanke, die wir haben, angegungen von der Wahrheit, wenn die wurden verlockt, aufgelegt, durch Umstände im Leben. Lukas 8, 4, 4, 9, versuch ich, und dort wird man das zum Fall sein, da wird das Wutheiden, da wird dann von den Sorgen im Leben, von den Rächtungen, in den Plasier, stecken lassen, dort wird nicht Frucht bringen. Fehler von diesen Menschen, was von der Wahrheit war ich gar nicht, da war ich von der Wahrheit, wenn die sorgte nur eine Leistung, aber nicht nur eine Ratung. Habt ihr die Rücksicht, Gune? Du sorgst nur eine Leistung für dein Leben, aber du sorgst nicht nur eine Ratung. Ich habe mir mal die Säune, mit den Säulsorger Säune, mit hier Schaufen, oder anderswo, wenn Menschen kommen, die wollen die Haube haben, die wollen die Leistung für ihre Träume. So die Haube, die alle fährt, und du wirst die Haube haben, und dann, wenn du anfängst, die vierte Haube, die Rächtung, die fehlt, dann fangen auf die Becke. Das schaue ich mir gar nicht nur eine Rächtung, das schaue ich mir nur eine Leistung, aber nicht nur eine Ratung. Was du hier findest, was eine Leistung für dein Leben, aber du wirst nicht Jesus annehmen. Du wirst deine Träume los sein, du wirst deine Last los sein, du wirst das Leben, du wirst eine Leistung für dein Leben, aber die Leistung für dein Leben ist nicht anders als durch die Ratung der Jesus Christus am Krieg. Aber das wirst du nicht, wenn es dir das eurem Leben noch geschaut. Viele von diesen Menschen, die von der Wahrheit weich gingen, in Flächen Vollschritt auf Geld umnehmen, er hat sich nichts mehr an Gott, als wenn die Sachten nicht nur eine Ratung, die Sägen nur eine Leistung verleben, die wollen dort ihre Träume weich gingen, und über ihr falschen Glauben in Olet Leben nicht abgeben. Die wollen die Sehens von den Menschen, den Worten Glauben haben, dort wollen die Sehne Menschen, die Sehne, Sehne, die Sehne, dort, dort, da ist wirklich was andere in Dei, das ist als Welle doch nicht. So die Frau steht, siegst du bloß nur eine Leistung für dein Leben oder siegst wirklich nur eine Ratung. Wir haben Jahre weit in Sidi wohnt in Chiragua Jent und du kleid viel mal jungen sind und die halde da passiert. Und ich leide so a baut dass viele von die kleid du gut wenn die was andere betret wollen. Und am Anfang dachte die meint die wirklich her und die wollen von dit was betret . Aber leid so a baut tot wie ich lange nicht so wenig kleid du wenn die was betret wollen. Die wollen mir frie hat die wollen ihr fleisch zu wel loten. Die wollen so lewe ihr fleisch verlangen. Die sagde du nur eine ratung fertig die sagde nur eine leisung von dit oder zu kommen wo sie unja begrenzt wäre und die fleisch vor loten . Aber die sagde nicht nur die ratung was Jesus entgebet will. Ich kann so viel kommen mit so nicht seht und wenn die späte ratung kommt dann wird die saibelt bosig. Viele Menschen rahnen ihr lebe die rahnen nur eine leisung die sägen nur eine leisung und sie nicht nur eine ratung. Ich kann ab hier sein. Ich wurde immer immer war sein wenn du nicht nur eine ratung ist und leisung halb di nicht ist für dein Leben. Du kannst auf leisung und ihr Kontroll halten. Aber wird nichts halb nicht. Jesus sieht selbst dass viele von der Wahrheit weg gingen und die verletzen und die daunen sich nicht begrenzen und die Welt ihrer Last entmettreichten und die sind nicht wahr geboren und du wehen haben die keine wahrer stand jen Sinn will die haben nicht dem hellen Jesus du wehen ist der Sinn sei mal genäutig für dich die sind drei Monate nicht begrenzt und nicht wie du sind wie die lust ist was ich angewand so froh ist die frühe sein als der ganze pack war da wenn die sind so mal genäutig nur das Sünde leben ist du hast nichts wo du krieg jen schau für dat wenn du 2 mal genäutig am der ist mensch war rei wo das sind auch von sin weich schief nicht den mensch selts aber die jes gottes wo den wohnt den wo am glich waren die dich biede sind es den wo am glich waren die ab kohlen kohlen den sin 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 lebe wenn an bezieher mensch fern rät schristlich rät mutig essen und meinen die kann ganz ab kohlen kohlen nach den anhöpsel wenn du hast nichts was im trich hält und war die person hält sich trich so die früchst es des du diese welt ihre schönheit in Richtung vertragen und setzt bloß in die schweig für eine leisung verdiene irdische trübel oder nicht für die radung verdiene sein das hier fläche mit licht auch weg weil die fräu satt du hier von de o wenn du war eibor bist und du wirst moja leere satt du hier von de o wenn du wirst die menschen wiese du hirsch ook man die kinnah gattes wirst die mensche wiese du kämst hier in die beste fene mensch wirst du wirst du wirst war war eibor do eibor wirst du dat so froh du wirst wirst in a wirst an wirst o wirst in wirst sin lich hast wirst 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 nus in die wo du jern fährt wo hier wirst du in die schmack o die fern die chris lich wirst so fern reden korn 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 die schone fern for so mensche die leiden haben mit gehalt die güt die chris zu sein wirst sind wirst jahre die to wirst 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 jahre dass die schone for so nus wirst die menschen wirst god lew 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 kommen aus 1 und 4 an, und die kommen mit dem Blick und kommen mit dem Glauben. Wenn es so ist, wenn es so ist, wenn es so ist, dass es von den Unglauben, die uns unter dem Glauben, den vorigen Glauben gekommen ist, dort nicht angenehmt, wer wirklich mitgeheilt, für Jahre, Monate, Jahre, lasst es sein. Für den ist es sehr schön, dass es so ist, dass es so ist. Ich habe für Jahre mitgeheilt. Ich will euch wirklich mitgeheilt. Ich dachte mir bloß immer so. So die Frau hat es von dir, wer wirklich mitgeheilt. Dass du wirklich ein Kind Gottes oder dass du bist ein Kind Gottes spielst. Und in der hier lebe wurde drühtwiesen. So Menschen, wo die ihr von der Antworten weichgeln, und ihr der rechte Evangelium kommen, und ihr der kennen von der Wahrheit, von der biblischen Evangelium weichgeln. So aus der Prophet sagt, in Jesaja Kapitel 29, Vers 3, der Herr sagt, wenn es das Volk schmacken wird, redet, entfernt die Dinge von mir sagt, ob er sich nicht wirklich nur mitgeheilt. Die wiesen mir mit ihrer Frucht bloß mit Menschenreden, die sie haben, lieb nur sein. In Markus Kapitel 7 saß, in 7 sagt Jesus, dass er in den Himmel, wenn es heute im Olden Testament hier brucht. Er sagt, Heu seht du an, die Hegler, die Propheten Jesaja, von denen ganz recht vertritt, verhut gesagt, so aus geschrieben steht, das Volk geht mir mit den Lippen, sagt Gott, ob er im Horten sind, sei weit auch von mir. Sei dein in mir vergesst, weil sie lernen, selbst nichts, aus Menschenverschriften. Ich will dich bloß mal bemerken, mit Gottes Leib und Genug. Wenn du hier sitzt und mit Hegler das, du weißt all die Rechte wie, du weißt, es ist ein Christus zu reden, du weißt, es ist ein Christus zu verhauen, manche. Aber du sagst, wenn ich das was zu tun, wird eigentlich wahr sein, was von der größte Schoen wird es sein. Das ist eine vielgerechtere Schoen in Hegelschinen leben, als die Wahrheit durchbringt. Das ist eine vielgerechtere Schoen in Hegelschinen leben, als die Wahrheit durchbringt. Viermal, wenn ich einen Menschen hier sitze, in einem Salzlager stehen, die kostet eigentlich mehr das Feuillen als der Hegler bloß. Wenn ein bisschen Geduld wird, wird er dort drüber bringen. Vielleicht kann ich am Anfang, wenn du mit der Schoen verdäst, dann sind das die beste Menschen, die haben ein bisschen Kleinbeet getrunken, wenn sie auch gemessen jeder Tag betrunken werden, aber ein bisschen Kleinbeet. Die haben ein bisschen Kleinbeet getrunken, wenn sie auch gemessen, wie klar und verstanden werden, die jeder da. Was ist der Hegelschinen, der Schofen, der Trage, der Überzeugung, der Mareimel, und der Traum. Und dann, Menschen haben gesagt, ich habe hier veranommen. Und dann sind wir gesagt, ich habe gesagt, ich wusste das gut. Wenn ich da habe, ich würde dem Hegeln die Erste überzeigen. Wenn ich das sei, dann würde ich nicht viel mehr tun. Also man braucht ein Kleinbeet Geduld, dass die Hegeln die Erste den Menschen überzeugen kann. Weil Menschen können sich lernen, sehr christlich reden, sehr christlich sich anstellen. Und so ist, die Jesaja sagt, und Markus sagt, die verdiene dem Herrn für Jesus. Die Schriftworte, in der Söhne, wird bloß mitheilen. Die Schrift, die auf Kloan zu verstehen, dass diese haben nicht ihr Glauben verloren, oder aufgefallen, wenn es Jesus selbst sagt, er hat die never gechant. Die Dinge von der Anwahrheit, was ohne die Wahrheit, nehme never Jesus an, und jene von der Anwahrheit wachträg, unter der Anwahrheit ihrer Wemaha. Apostasie meint von der Anwahrheit wachträg. Das sagt uns in Matthäus 27, 22, 23, und jahnen dach, wo viele zu mir seien, ha, ha, hab ich nicht in dienen Nomen geprophezeiht, in dienen Nomen so tun nicht gedreven, in dienen Nomen fehle, gewollt, gewollt, und dann wo ich anseien, ich hab jenach multa in die tische chanter, ich dägen mulchane bunde nicht muah, es dort wird die tags zah, nam die bibel merkt er rup, und sie können hier fair lege. mine people like is that I have you not ni chan wach ma jint jish leichte when they never the ware word where they here for the mjoke sig never out to jesus on name so ne would all folle von christen leben so ne menschen would van de war het wach gonen sen en unja dot war evangelium gekomen sen de man isch van de an wach gonen en an du wach gonen de haben sig geliet tot christen je lewe met de heisle de haben sig geliet se christen licht de mjol red ganz anders os de horde gelieft met et kum i fin de schloss ne quale bose frere van du nich has jesus so genom die best van de wort het all wach gonen du best nu in tot licht du hast wessen van deze dinge beleefd wat van die he he erwähnt as worde die sats hier en du weet dat du best niet ware bure er jesus moll wane mensch red van d mat ware bure se en warte die awwool ben wens du has cun i verzeiung ob du rätsel christen dan wale ik van die vreo dat jesus laatst die hoort merken dat jesus laatst die sinde verjeven en jesus zau kracht zei jesus ik zie jure een heechler gewaast ik zie ver en god is to ben ben zie go ik zie een verlorener mens en van daar wil dat andere ik wil abheeren met een heechler zijn en ik wil abheeren met mensch verheechler en die verheechler gaat ik wil van daar mijn leven nu jesus jure wanne we nog opstuen dem je bed voor den himmel wie komen ferdin wie danken di dat di wut an so klo leere dat dat vele mensch wat van aan waar het en die waar het komen die nemen dat niet waar lihaan en gaan van de waar het weg dan laat dat 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 jesus zegt vreo wanne die mensch hier van die zijn wanne die so zijn dan bedreng mocht die die leid diene leid diene barmherzigkeit die duipen die hoort aan reeren en die kraft schenken wat het brukt dat hegel schien opgeven dat oule leven loslaten en om te reeds komen en werle die ware bult ervoren dank de her voor die wo d die leid het bet mocht diene helgen jes met jes man die van de bec kraft jes vreo wanne de an bec d d mocht van die kraft jes van die vare je bult ervoren dank schien her verdiene genoten diene leid in jesus christus in num amen amen